Ich wünsche euch, dass ihr alle macht seid! Reise! Wie gesagt, wie schon erwähnt wurde, wir sind... Wie heißt ihr nochmal aus Waldorf? Nein, meiner Schätze am Rande. Wir sind Sinus, Brummien, Waldorf. Wurde auch schon gesagt, er ist hier an der Schule. Er war mal, ich noch nicht. Ja, ich entschulde das noch. Ja, ich nicht. Ja, das war gerade das Lied NGM über die Kanzlerin. Die nächste Lied ist ein bisschen sozialkritischer. Ist der Antrag geschrieben, also eigentlich auch nur für den heutigen Abend. Sonst spielen wir das eigentlich nicht. Aber ich hoffe euch gefällt. Und mal eine kleine Frage drauf, vielleicht auch eher an die Erwachsenen, oder die Schüler, der höheren Schul... äh, höheren Schullassen. Kennt ihr das? Wenn ihr morgens die Zeilung aufschlagt, und ihr eigentlich nur die schlechten Nachrichten lest, jeden Tag immer dasselbe. Das nächste Lied ist Schlagzeilen. Das geht so. Äh, übrigens, bevor sie mich gleich hauen. Wir spielen nächsten Zweitag in Mannheim, in der alten Feuerwache. Karfreitag. Das Newcomer Festival... Newcomer Festival des... Rhein-Neckar-Kreis. Genau, das Finale. Und wer lieb, wenn ihr alle für uns abstimmt. Nächsten Zweitag, alle Feuerwache in Mannheim. Tag Freitag. Allerdings nicht mal Platz für das nächste Teil. Schlagzeilen. Ganz neu. Ich lade, die wir sehen. Übelst du geil, ja. Ja, ja! Es geht schon morgens los, ich seh' ganz sorgelos, mit meiner Zeit zum Still am Frühstück Ich steh' Zeile für Zeile, ganz direkt in große Heile, lächte Nachricht überschützt mich Der Krieg im Nahen Osten wird noch mehr Leben kosten Immer das Leben, wirklich jeder Tag Ich lenk mich durch die Lettern, immer wieder ab und blätter Ich lese weiter, auch wenn ich mich mag Na-na-na-na-na-na-na-na-na... Na 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 na, na 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 na, na na na, na 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 na, na na na, na na, na na na, na na na. Den Nachbettgebären, die den Weg vererren, Fliegen tot den Sand in Afrika. Und so ein Wurzwo, Bürgerkrieg ist nirgendwo. Diese ganze Scheiße ist real. Na, 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 na. Und so ein Wurzwo. Waste die straunen Händen und ihre Seel erknüpfen. Nicht nur Apostel, nein, auch Fajor. Wie soll es weitergehen? Ich kann es nicht versehen. Was ist mit uns und Wurzwo in die Verlust? Na, 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 na. Na, 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 na Wenn ich die Scheiße träge und richte mein Gepäck, kann es nicht ändern, ich muss sagen, selbst hier. Soll das die Löwen sein, ein kaltes Herzer Stein, denn wer die fühlt, der kann nur verlieren. Danke schön. Wenn wir uns die Internetbesuche 0, sinos-music.de und nächsten Freitag, beziehungsweise diesen Freitag, am 10. Alte Feuerbach in Mannheim, stimmt für uns ab, wenn ihr Bock habt. Schönen Abend. Vielen Dank.